Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe ja letztens schon das Video zu meinen 5 Lieblingssorten von Darkseid gedreht, aber was da natürlich noch gefehlt hat, ist das perfekte Setup für die Darkseid Sorten und da würde ich heute ein bisschen mit euch drüber quatschen, wie ich Darkseid so am liebsten rauche und was da im Moment so mein am meisten gerauchtes Setup ist. Deswegen heute auf jeden Fall das beste Setup für Darkseid. Sollte euch das Video gefallen, gerne einen Daumen nach oben oder Abo da lassen und jetzt viel Spaß beim Video. So, da bin ich wieder zu meinem Lieblingssetup von Darkseid. Zuerst sollten wir da aber nochmal kurz über die zwei grundlegenden Methoden reden, wie ihr Darkseid rauchen könnt. Es gibt natürlich auf der einen Seite das Funnel Setup und auf der anderen Seite das Mehrlochkopf Setup, welches ich jetzt benutze. Aber erstmal noch ein paar Worte zum Funnel Setup. Wenn ihr Nikotin nicht so abkönnt, beziehungsweise den Darkseid so rauchen wollt, dass das Nikotin möglichst wenig kickt, würde ich euch auf jeden Fall das Funnel Setup empfehlen. Wenn es wirklich gar nicht kicken soll, beziehungsweise so wenig, wie das mit Darkseid nur möglich ist, dann würde ich den Tabak noch ein bisschen andrücken und den Abstandsetup rauchen. Wenn es ein bisschen mehr kicken darf, dann ein Overpack Setup. Das heißt, die Smokebox, die dann oben drauf kommt oder die Alufolie hat Kontakt zu dem Tabak. Wenn ihr dann noch einen Schritt weiter gehen wollt, dann macht ihr das so wie die Russen und ihr nehmt einen Mehrlochkopf. Da möchte ich euch jetzt erstmal meine drei Lieblingsköpfe vorstellen, mit denen ich finde, es am besten funktioniert. Das wäre als erstes der Vusco Rimcia, den ich jetzt auch hier oben drauf habe. Ein russischer Tonkopf, der extrem massiv ist. Also wenn ihr ihn in die Hand nehmt, dann merkt ihr schon, der hat ordentlich Gewicht. Ganz anders als viele andere helle Tonköpfe, die es im Moment so in Deutschland gibt, die ja vergleichsweise leicht sind, hat der wirklich ordentlich Masse und Gewicht. Diese Masse und Gewicht sorgt natürlich dafür, dass er ein bisschen länger braucht, um warm zu werden. Das heißt, ich bin sogar auch noch in der Anrauchphase, obwohl ich jetzt schon 10, 12 Minuten den Kopf anhabe, mit drei Kohlen im MIG Razor, was wirklich krass ist. Also es dauert eine Sekunde länger, aber sobald der Kopf dann wirklich seine Hitze hat, läuft er wirklich wunderbar. Andere Köpfe, die ich euch für Darkseid empfehlen könnte, wären einmal der Upgrade-Form-Kopf. Ist auch ein Tonkopf. Sieht sehr, sehr besonders aus. Einfach in so einem Weiß gehalten, hat oben auch nochmal so eine leichte Erweiterung. Also ihr seht, der wird oben nochmal ein bisschen breiter. Das heißt, da passt auch wunderbar eine Smokebox drauf und ist deswegen hervorragend. Oder ein Kopf, den viele bestimmt schon daheim haben, wäre der Solaris. Auch in dem läuft der Darkseid wirklich wunderbar. Mein Favorit ist aber der Kopf, den ich jetzt auch hier hinten drauf habe. Wie gesagt, der Vusco Rimsia. Den kann man im Moment bei Ocean Hooker erwerben. Das heißt, wenn ihr einfach mal googelt, kommt ihr da ganz schnell auf die Seite. Gebt einfach Vusco Rimsia ein. Ich packe euch den Namen bestimmt auch noch irgendwo unten in die Beschreibung. Links dürfen wir ja leider nicht reinpacken. Und dann könnt ihr euch den Kopf da mal anschauen. Müsst ihr einfach nur mal kurz suchen, aber dann findet ihr ihn schon. Jetzt zum eigentlichen Setup. Wenn ihr dann in einem Meerlochkopf raucht, würde ich euch das Ganze auf jeden Fall ohne Kontakt zur Smokebox empfehlen. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist, den Tabak extrem fluffig bauen. Also ihr wollt wirklich, dass die Luft ganz einfach durch den Tabak strömen kann, sodass ihr einen mega Durchzug habt, was einfach ultra wichtig ist in diesem Setup. Und der Tabak kann auch schön gleichmäßig nach unten durch verdampfen, sodass ihr halt immer einen geilen Geschmack habt, bis zum letzten Tröpfchen Molasse. Also wenn ich meinen Kopf Darkseid ausmache, dann ist da wirklich nur noch so ein Bröseltabak drin. Dann habe ich da wirklich die ganze Molasse aufgeraucht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, Meerlochkopf, schwarzer Tabak, warum das Ganze? Ich kann es euch nicht genau sagen. Die Russen haben es auf jeden Fall so gemacht und für Darkseid funktioniert es wunderbar. Darkseid ist ja ziemlich feucht für einen schwarzen Tabak. Also wenn ich da an Somo Strong denke, sind zwar auch noch manche feucht, aber nicht so feucht wie die Darkseid-Sorten. Oder eine ganz andere Richtung, wenn ich da an Tangiers denke, der ist einfach furztrocken im Vergleich zu Darkseid. Beziehungsweise Darkseid ist einfach richtig heftig feucht im Vergleich zu Tangiers. Und ich denke, deswegen eignet er sich so gut, um ihn in einem Meerlochkopf zu rauchen im Vergleich zu einem angedrückten Funnel-Setup, was ich bei Tangiers zum Beispiel als Voraussetzung sehen würde. Also Tangiers würde ich niemals in einem Abstandsetup rauchen. Man kann es machen, aber dann haut er schon wirklich ganz schön rein und ist auch nicht so angenehm zu rauchen. Da kann der Chris aka Shisha-Gott ein Lied von singen. Der hat sich das letztens so bauen lassen im Umera in der Shisha-Launch in Oberthausen. Nikotin war auf jeden Fall am Start. Er hat den Kopf auch nicht ganz fertig rauchen können. Das war wirklich heftig. Deswegen Tangiers lieber angedrückt, aber bei Darkseid funktioniert das auch wunderbar, wenn man das Ganze fluffig baut. Beim Fluffig-Bauen, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Es darf kein Kontakt zur Smokebox herkommen. Was uns die Russen erklärt haben, was ich zum Beispiel gar nicht wusste vorher, der Tabak geht noch ein bisschen auf. Also durch die Hitze und durch das Pusten ab und zu geht der Tabak noch ein bisschen hoch. Deswegen passt wirklich auf, optimiert da euren Kopfbau, fangt erstmal an, guckt, wenn wieder was an der Smokebox hängt, müsst ihr noch ein bisschen mehr Abstand drinne lassen und dann findet ihr da schon heraus, wie hoch ihr das Ganze bauen sollt. Der Vusco Rimsia eignet sich einfach optimal dafür, weil das Depot erstmal relativ groß wirkt. Wenn man dann aber die Smokebox draufsetzt und da noch ein bisschen Abstand zwischen haben will, merkt man, okay, da muss gar nicht so viel Tabak rein. Deswegen könnt ihr den Kopf angenehm mit 12, 13 Gramm Tabak rauchen, bisschen Abstand zur Smokebox und dann läuft das Ganze wunderbar. Bei den anderen Köpfen ist das genau das selbe Spiel. Auch da, also die zwei, die ich hier hatte, einmal der Upgrade-Form und auch der Solaris. Selbes Spiel. Fluffig gebaut und dann ein wenig Abstand zur Smokebox und dann läuft das Ganze wunderbar. Ich muss sagen, so rauche ich mittlerweile immer meinen Darkside. Ich habe am Anfang oft den Upgrade-Form geraucht, bevor ich jetzt den Vusco Rimsia hatte. Jetzt, seit ich den habe, rauche ich nur noch meinen Darkside da drinne. Das funktioniert wunderbar. Ich glaube, die Russen wissen da schon ganz genau, was sie machen. Falls ihr noch einen anderen Vorschlag habt, was ich unbedingt mal mit dem Darkside ausprobieren soll, lasst auf jeden Fall unten einen Kommentar da. Lasst es mich wissen, wie ihr euren Darkside am liebsten raucht. Und ansonsten, falls ihr noch Empfehlungen für Darkside wollt, kann ich euch nur noch mal das Top 5 Darkside-Sorten-Video ans Herz legen. Ansonsten hoffe ich, dass das kleine Setup-Video, wie ich meinen Darkside am liebsten rauche, einigen geholfen hat, die jetzt vielleicht sich auch mal Darkside zulegen wollen, aber sich noch nicht ganz sicher sind, wie sie das Ganze rauchen sollen. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG